Ja Was geht bei euch hab Hallo ich hab Dreck auf der Hand Willkommen zu einer weiteren Runde Try not to laugh Ich hoffe, ihr seid ultramäßig bereit, nicht zu lachen. Falls ihr lacht, so sind eben die Regeln, müsst ihr einen Daumen nach oben geben. Und wenn ihr nicht lacht, seid ihr innerlich schon tot. Legen wir einfach mal los, ich bin gespannt. Das Video habe ich, glaube ich, von Mr. Argon. Dr. Monsieur, das war von dir. Ich glaube, du hast mir das extra zusammengestellt, beziehungsweise besorgt. Vielen Dank an dich. Ich lege einfach mal los. Ja, seid ihr bereit? Dick! Ich habe jetzt nicht gelacht, oder? Nein, ich habe nicht gelacht. Ich kann zum Beispiel die Funktion, die ich heute Morgen registriere, das ist die 2. Ja, warte, warte, warte. Ah, es geht schon. Oh, was haben wir denn hier? Ist das, ähm, was ist das? Nein, nein. Zum Glück ist das gar nicht lustig. Oh. Ach, komm. Okay, das könnte interessant werden. Danny, Mänus. Hören wir mal rein. So far is so good for my anus. Alles klar. Er hat enormen Respekt vor meinem Mann. Ach, guck mal da. Das kenne ich doch schon. Ein sehr schönes Video. Oh, sehr nice. Counter-Trike, alles klar. Oh, dude. Oh, dude. You think this coffee is strong? Oh, today is your lucky day. Was geschieht hier? Seine Lache hätte mich fast mitgerissen, aber ich hab nur so ein bisschen gesmiled. Und es gibt ja auch extra solche Videos, dass man nicht smilen darf. Aber ich, also ich darf ja nicht lachen. Also laut. Als, oder? Hm. Was war das für eine Gestalt? Sowas lässt mich. Nein. Ja, das hat ein Schatz. Ja, das hat ein Schatz. Ja, das hat ein Schatz. Es ist fucking one of yes. ULTRA ENGLAND AUSTRALIAN SLANG Was haben wir denn hier für Autogeschichte? Ein junger Mann, der Musik macht Hab ich jetzt gar nicht getroffen? Oh no, oh no! What's the biggest number you can think of? Ten Ten Ah, didn't see you there, me and my buddy here have been expecting you My sticky buddy, Sully here with the Oh, excuse me, I've got some pussy hair on me Check that shit out It's a sticky roller designed to clean up any mess Poodles, pussies, people, you name it Use it as a back scratcher You can rinse it off, dry it off, jerk it off I Don't care what you do with it or where the hair even came from Silks, suede's, swag Das ist schon hart, das ist schon wirklich hart Silks, suede's, swag Swag My name is Dickie What's that man? And I have breast cancer Ah! Very good! Very good! Yay! Dutty, you wanna see Dutty? Oh Gott, she does have some time Also, mit dem Postboten hab ich jetzt nicht gerechnet Passiert halt, ne? To start today's adventure, everybody say the pirate password. Yo ho ho! Yo mom's a ho! No, no, they've never got the big head dick on them. Fuck you. Fuck you? Oh, come on, Forrest Gump. Ah, I've never got it. What is the answer to my face? So, how are you spending your time in Seattle so far, if you're not gaming? Masturbating. Sorry? Masturbating. So, what are you going to do the rest of today today? Masturbate. Okay, you have three more hours before the game, what are you going to do now? Masturbate, drink, whatever. Alright, thank you very much, SingSing, for coming on the show. For coming on the show. Uh, good luck in the future games and we'll see you later. Thank you, thank you. Bye. Thank you. Masturbate. Help! Please! Someone! I'm going to die! I'm going to die! What? Respekt, right? Respekt! That bottle flip, though! He needs some milk! I'm a lesbian. I am actually pansexual. I am transgender. I have crippling depression. I'm going to die! But I'm going to die! What's up, bro? Hello? Yo, motherfucker! Asshole! Hey, fuck you, bitch! You are dead meat! I want to apologize. Also, das war unglücklich, oder? Das ist aber ganz blöd weggerutscht. There he goes, I'm going to get some air. Hey, are you okay? Are you okay? I'm dying. Help me. Das sieht irgendwie mittelmäßig gesund aus. Are you ready? Forty-two! Forty-four! Hey! Oh! Ha! Hello? Hey, what's up? I need your help. Can you come here? Ugh, I can't. I'm buying clothes. Alright, well hurry up and come over here. I can't find them. What do you mean you can't find them? I can't find them. There's only soup. What do you mean there's only soup? There's only soup. Well then, get out of this soup aisle! Alright, you don't have to shout at me! There's more soup! What do you mean there's more soup? There's just more soup! Go into the next aisle! There's still soup! Where are you right now? I'm at soup! What do you mean you're at soup? I mean I'm at soup! What store are you in? I'm at the soup store! Why are you buying clothes at the soup store? Fuck you! Es war schon gut. Alles klar, das waren soweit alle Clips. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich würde sagen, so im Nachhinein betrachtet habe ich glaube ich kein bisschen gelacht. Ich habe sogar von an das Gegenteil getan. Ich habe schon echt ziemlich drauf was diese Challenges angeht. Da kann ich schon wirklich ganz vorne mit den großen mithalten. Wie gesagt, falls ihr euch dabei erwischt habt geschmunzelt zu haben, müsst ihr leider einen Daumen nach oben geben. Auch wenn das Video schlecht ist. Ich weiß. Sorry. Es tut mir echt leid. Aber es ist halt gesetzt noch.